recht herzlich willkommen zur 119 folge von city skylines ja wir waren an der autobahn und gehen wir da mal wieder hin das war hier unten links so sieht ja schrecklich aus da müssen wir auch mal dran aber jetzt muss man erst hier gucken dass wir die autobahn fertig machen was wir immer im auge behalten müssen das sind hier unsere zahlen und die sehen gerade ganz schlecht auswöchentliche einnahmen 8000 miese das ist nicht gut so der ich glaube maz würde ich das mal so aussprechen hat mir geschrieben dass ich hier eine brücke schlagen soll damit ich nicht hier sag schon durch den gegenverkehr müssen was mir nachher noch aufgefallen ist ich glaube hier meine einbahnstraße ausgemacht deswegen drehten letztens die autos das ist jetzt die frage wenn wir die weg machen wo fahren dann die lkw herne abfahrt gibt es hier gar nicht sehe ich gerade von dieser richtung aus man kann und da nicht runterfahren dies ist die autobahn nach da hinten hier kommen erst runterfahren vielleicht sollten wir hier noch eine abfahrt machen oder basteln wir die da mal hin da dort mit ein bisschen schwung wäre vielleicht schöner oder macht das schon mal nicht da ist dann die brücke kommen wir da drunter natürlich nicht immer auch klar und da ist es dann zu stahl okay dann kann man da gleich wieder abreißen und von da weitermachen so gucken ob das so klappt aber vielleicht wird auch keiner runter kann auch noch sein weil das war eine einbahnstraße deswegen müssten da ja vielleicht welche unterfahren da kommt jetzt gerade ein schwung weil die ampel rot ist rote ist grün nicht rot okay die kann aber alle hier nicht runter das ist naja aber die möglichkeit gibt es halt dann so und hier sollte eine brücke nach rechts raus nach links rüber zum drauf fahren dann müssen wir mal gucken ob wir das hinkriegen also das wäre dann hier rüber da ist natürlich eine brücke deswegen ist es schlechte man was hier geht aber auch nicht doch da aber dann sieht es ganz schmau aus wahrscheinlich mehr darüber zu kommen ist dann doch etwas schwierig ja ich glaube dadurch dass hier eine brücke ist kann man das schon vergessen ja da noch mal weg das ist leider hier eine brücke dieses stück und deswegen ist es mit dem rausfahren so schlecht da können das noch mal checken aber ja da geht es aber sonst nicht wirklich na das ist wirklich das einzigste was geht so gucken ob wir jetzt hochkommen und dann darüber irgendwie diese kur will er schon gar nicht so bauen mit brücke hoch na vielleicht können wir aber warte mal das ist eine idee noch mal den streiten da anklicken und dann aber gleich schon in die höhe gehen naja das wollte er dann machen und dann darüber aber über den park geht es nicht und irgendwie geht es gar nicht dahin ist noch ein höher das will aber gar nicht machen auf dem stück nee also ich glaube das können wir hier getrost vergessen das funktioniert leider nicht und das liegt wahrscheinlich daran dass wir hier die brücke haben uns können wir hier irgendwo raus nochmal checken die klingt auch da erst ein und da meckert er schon sofort weil das irgendwie nicht passend ist ja nee das andere drunter her doch drunter her können wir noch probieren gucken ob das geht das würde vielleicht noch gehen und dann bitte hochkommen und anbinden aber das ist gerade auch nicht möglich doch da war es irgendwo was grün da aber nee dann will er da drunter her kann man auch vergessen und das nochmal weg und von da nochmal checken und jetzt hochkommen der will da noch nicht mal richtig hochkommen und jetzt stau auf der autobahn ok ich glaube aufgrund der gegebenheiten können wir das definitiv abbeißen schade drum denn eine gute war eine gute idee aber geht leider nicht gut lassen wir so so jetzt müssen wir nur checken warum gibt es hier einen verkehrsstau schon gedreht so die haben diese abfahrt entdeckt alles klar ja jetzt wissen wir dass die abfahrt nicht gut ist ja und dieses ist eine einbahnstraße dann müssen wir vielleicht das aufheben was ist das für eine straße gute frage aber eigentlich spielt es gar keine rolle was für eine straße ist wir müssen die ändern die jetzt angenommen da gibt es gar nicht gehört aber doch da ist eine ampel dran dann funktioniert das wohl so okay die fahre nämlich da lang das bringt dann nix die können auch da lang fahren das wird sich jetzt gleich ändern gut dann wollten wir hier an dieser brücke noch bauen hier sollte noch eine autobahn auffahrt hin direkt von hier losgehen so so wir sind bei aufwerten deswegen naja wollen dass wir wollen dass wir wollen hier raus und darum und kommen dann aber nicht auf die autobahn ja gut das bedeutet erstmal wieder abweisen das geht irgendwie auch nicht da drauf geht gar nix hier dann muss es nochmal weg nochmal hin und einen hoch würde auch nicht machen so ein klinken tut er auch nicht schön wäre es wenn es da gehen würde da geht nix da geht was einmal bitte noch mal das blaue hätte ich gerne da stoppt da war es dann nehmen wir den doch gut und dann nur die abfahrt da oben kaputt machen ja mal da raus und los geht's wohl da wäre auch noch okay die ist auch noch okay das stück ist auch okay ich glaube das nehmen wir weg oh die schweben jetzt da interessant gemacht okay jetzt die grünphase und die haben es da eingeschafft in space space ich war das weg du darfst noch fahren und weg so und diese autobahn hier oben müssen wir jetzt weitermachen so hoffen wir dass das so klappt ne das war falsche taste das wollte ich so haben so und dann da runter runter und da dran stopp wieder die falsche taste er ist drehen wollte ich holt stopp da war es irgendwo blau okay wunderbar passt der erste trecker kommt von autobahn runtergefahren das ist auch symbolisch ne das sieht auch krass aus hier aber ist halt so gut das hat jetzt eine erinnerung gegeben die strecke ist größer geworden da gibt es auch schon den ersten stau ach so ich wollte mal gerade hier checken jetzt die belastung hier ist okay ja die fahren immer noch da lang ist echt zu überlegen diese wieder wegzunehmen war nicht so dolle die auffahrt ist einfach zu lang dafür ne ziehen wir die autobahn noch ein stück rum damit der stau sich teils auflöst warum hier stehen auch schon genug ne dieser park der macht uns auch noch sorgen ne können wir eigentlich noch was kaufen äh das war falsch daneben nö und da geht auch gar nichts das ist schon das letzte ende hier da gibt es nichts neben das wäre nur noch möglich dann okay ja dann würde ich sagen machen wir noch hier ein bisschen rumgezogen das ganze kann man das so aufwerten ja gut dann machen wir das doch weil dann könnte einer auch da schon links überholen ne das geht auch bis da sogar warum nicht da schau her da überholen schon mal welche dann das ist schon mal ein bisschen besser ne kann man das ne das kann man nicht aufwerten das ist eine abfahrt da ne das will er dann deutlich machen genau da wird sogar gehen guck an gut okay ist aber auch nicht in dem sinne besser geworden ne diese brücke das ist das problem ne da stehen sie mehr spure und dann will da einer rein krass bauen wir das anders hier das ist die frage wohl jetzt sind da keine mehr um links abbiegern an die kann alle geradeaus ja ich glaube das mit dem links abbieger problem ist weniger geworden gut ja jetzt kommen sie aber wieder ja schwierig gucken wir noch mal ja hier stehen sie auch bei bahn und da stehen sie auch also das kopf wie gesprungen der verkehrsfluss ist hier also der verkehr ist hier super hoch das ist er halt hier ist es besser geworden diese spur geht tendenziell müssten wir dieses hier wegreißen und ich glaube das machen wir auch diese abfahrt ist vergangenheit wir müssen dann noch runter fahren den stau auf der autobahn wollen wir jetzt hier nicht haben das ist doof am ende kann ich es verstehen aber nicht mit dem doch auf und von einer abfahrt zur anderen jetzt wird es hier auch gar nicht grün oder was doch jetzt aber dann kommen die auch noch nicht mal da rein das ist schon weg und kommt das auch so weg und ist gut so die anwendung ist gut das ist auch richtig ja da waren gerade welche drauf das sieht alles gut aus so könnte sicherlich klar besser sein aber ist halt so da stauts ist noch nicht zurück auf der autobahn müssen wir aufpassen so hier ist jetzt wäre ich voll hin wie zurück ja was macht man da gute frage ne ja diese nadelhörner da stehen die schon bis hier und die ja entspannt sich sogar grad ein bisschen ja ist so gut gucken wir mal weiter hier ist nix rot hier unten ist eine Abfahrt die ist rot stehen auch bis auf der autobahn das ist schlecht aber ist so Kreuzungspunkte ist alles gut hier haben wir noch ein bisschen aber das geht auch hier ist wiederum die Kreuzung einfach zu nah aneinander das ist dann der rote Bereich ne und hier ist noch ein Nadelöhr da haben wir ja mal einen Tunnelnobelsumleitung dahin gebaut sonst geht's ja und hier oben da hinten noch was rot auch zu dicht die Kreuzung aufeinander das ist immer ein Problem ja müssen wir in der nächsten Folge weiter gucken aber wo wir viel weiter gucken müssen ist erstmal dass unser Geld wieder in der richtigen hier fehlen irgendwie Leute da müssen wir halt noch ich sag schon hier hier wohngegend machen guck mal da sind sogar wohngegend noch gar nicht ausgewiesen hier unten können wir noch wohnen machen wohngegend machen da 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 und hier machen wir das auch noch hin dann dann haben wir ein bisschen mehr ne hier oben geht auch noch was da freuen die sich direkt an der Kreuzung gut dann gibt's ein paar Arbeiter mehr und wie man sieht 4000 anstatt 8000 ist da unten noch hier bin hier bin noch ein paar Felder jetzt durch den Umbau frei geworden das machen wir auch noch zu gut so so Einkünfte sind dann da hier hinten wäre noch was möglich das machen wir dann auch noch da dann machen wir da da so dann können die da alle wohnen noch ein paar grün in der Häuser setzen oder wir können auch hier den blauen und jetzt noch rein ziehen hier ist ja noch was möglich äh doch nochmal da oder den nicht sondern den dann können wir da abzweigen notfalls nach hinten noch genauso wie da rein ne Kommerz wächst dann auch warte mal den lass mal weg oder ne da ist nichts mehr hinter zu bauen passt schon gut dann haben wir das auch zugemacht hier könnte man aber da soll noch eine Straße vielleicht durch dann lassen wir das so gut jetzt sieht es schon besser aus mit der Zahl die kommt jetzt wieder in einem Bereich die positiv ist Entschuldigung hier können wir noch was machen ne hier können noch ein paar kleine Häuser hin dann haben wir bestimmt für Ärzte und sowas freigelassen im Bereich hier ne könnte sein ne diese kleinen machen wir mal zu noch und schon siehe da wir haben richtig Kohle plus nur mit so ein paar Wohnflächen ne krass oder ja gut haben wir das erst so nächstes mal müssen wir da noch ein bisschen weiter gucken mit dem Verkehr da oben hier jetzt muss ich auch noch niesen Entschuldigung ja hier ein bisschen Häuser abreißen andere Industrie anpflanzen vielleicht gucken wir dann weiter bis dann danke fürs Zuschauen tschüss die wir ganz die 없 die 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 Vielen Dank.